Wir sind voll der Psi-Magnet, 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 ich bin voll der Psi-Magnet, ich werde immer blöd. Hopsa, Harry diesmal. Dann werden wir natürlich gleich unseren Harry von seinem Leid erlösen. Gut, also müssen wir zurück nach Summers ins Museum. Oder täuscht mich das jetzt? Ja. Ja. Alter, ach Mann. Nein! Manchmal ist das doch zu Mäuse-Mägen hier. So. Ja, die macht Psi-Eis, sehr schön. Eis, Eis, Baby! Ja, 4000. Hans mit Doppel-S natürlich wieder. Unser guter Harz. Harz, im Glück. So. Skorpion King! Skorpion King! Jetzt. Dass man was betteln muss. Verwesters. Was? Skilipju, Novi, oh was? Wir bleiben mal bei Eisangriff. Würde ich mal meinen. Und dann machen wir hier nochmal, immer bloß auf Fresse hauen halt. Ja, also das Übliche ist, eigentlich was wir nicht durch können, immer bloß auf Fresse klopfen. Okay, das war's schon. Okay. Wir wollen hin. Wie viel haben wir denn? Wir haben... Na, okay. Endlich hier. Ich muss mal noch ein bisschen kämpfen hier, würde ich mal sagen, damit wir einen guten, kleinen Hans hier ein bisschen hochkriegen. Wer denn jetzt schon wieder? Hans, du bist manchmal eine kleine Mugu, das glaubst du mir nicht. Ja, das ist sehr schön. Und jetzt die Karamellen müssen wir natürlich mal schnell mit Ugi. Die haben wir auch nicht vergessen, ne? Aber glaube ich, ein bisschen wenig. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr verbraucht mit Ugi. Los, komm, Lutsch an dem Ding, Baby. So, und nochmal. Ja, wenn man einmal, eine Sekunde zu schnell drückt hier. Sagen. Und nutzen Ugi. Ich will sogar sagen, ich spiele hier am WC, das alte NES-Spiel hier. Ich finde das aber wirklich... Oh, komm her, zu mir, mein Schmetterling. Der magische Schmetterling. Harry und seine Freunde entspannen. Ich brauche doch meine Entspannung. Echt. So, mal hier rüber. Ja, gehen wir halt nochmal rein hier. Das gibt's doch nicht. Also, ich glaube, wir müssen nochmal rauf. Und müssen dort mal... Ja, das frage ich mich auch, lieber Freund. Lieber Freund Nase. Ich frage mich das die ganze Zeit. Gut, gehen wir nochmal ins Hotel, würde ich mal meinen. Und dann fangen wir nochmal zurück nach Summers und versuchen mal in den ersten Stock zu kommen. Von dem Hotel. Ja, 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 ich weiß, du hast bloß noch deine Lüchszimmer ganz hinten zwischen den ganzen Skorpionen. Ich weiß. Nein, ich wollte doch gar nicht. Oh, scheiße. Ja, mein Fehler. Mann. Ach, lasst mich doch alle einfach Ruhe. Ich muss mal schnell telefonieren. Mama. Willst du den Abend durch? Ja, verstehe. Ja, ja, ja. Rauh, seine. Ja, ja. Der Lerch war nämlich... Oh, schon wieder hier. Hat irgendwann noch gefragt, wo du bist. Aber ich habe gesagt, du vögelst immer noch mit... Ich meine, du bist immer noch oben mit deiner kleinen, kleinen Freunde dort. Und ich verzeife. Oh, ja. Tschüss. Ach, ich nehme den Hörer ab und rufe Papa an. Ja, das ist gut. 15.000. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Geld, würde ich mal sagen. 2.000, 4.000. Ja, so sieht gut aus. Ich brauche echt wieder mehr Geld. Und fahren wir mal zurück nach Summers und schauen dort mal, ob wir dort in das Hotel reinkommen. Ja, ich weiß, für dich ist nie was gut. Also auf, rauf zum Hofen. Und dann schauen wir mal, ob wir in Summers diese Euroglyphen entschlüsseln können. Damit wir dann hier mal weiterkommen. Hey, Haufenmeister, wo ist mein Schiff? Ich meine, jetzt dort dieses Umgeheuer. Ja, ja. Hast du gesiegt? Ja, ja. Wo du bist dann gekommen? Ja, ja. Egal, was war es? Ja, ja. Fantastisch. Ach, nee. Wir haben hier Teleportationen nicht. Ganz zur Not. Ich habe mit dem gar nicht geredet. Hey, Wüstenmann. Und pass auf, du gehst, das ist drückig. Ein dickes Kind hat dir irgendwo ein Geschäft fertig. Juuuuh. Ich will nicht in Pogopogos Kacke treten. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen. Wir müssen zurück. Und das können wir sicherlich mit... Ausrüstung. Sie. Teleport. Noch. Sommers. Was ist da lang? Ich wollte schon da lang. Okay, einfach noch Sommers. Was? Was? Hä? Was war das? Was? Was? Was war das jetzt? Hä? Hä? Was? Was wurde denn das? Wieso geht das nicht? Was? Können vielleicht woanders hin? Hä? Noch hinten? Was war das denn? Ähm. Hm. Ähm. Ja, also, ich muss dazu sagen... Ähm. Hä? Okay, Freunde. Wir vergoogeln uns hier einfach bloß den Arsch. Okay, ich habe noch mal keinen genommen. Wir gehen da noch mal runter. Na, komm mal her, her. Komm du auch noch. Komm, 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 komm. Ist auch heim. Hm. Also, irgendwie... bin ich gerade etwas raus. Wieso bin ich gerade vergoogelt? Hä? Also, irgendwie bin ich gerade etwas... Ich weiß nicht. Verwirrt! Leicht verwirrt, liebe Freunde. Hm. Also, irgendwie bin ich gerade wirklich leicht verwirrt. Hm. Also, gerade bin ich etwas leicht verwirrt. Muss ich echt wissen, wieso bin ich hier vergoogelt? Ich wollte doch zurück teleportieren. Und ein Schiff gibt es nicht mehr. Und ich denke, ich soll zurück in letztendlich nach Summers. In dieses, äh, Dings. Hä? Irgendwie komisch, liebe Freunde. Es ist irgendwie manchmal etwas merkwürdig, dieses Spiel. Aber das macht ja nichts. Hm. Gleich noch rumtrinken. Na ja, komm. Naja. 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 Außer zu zu dimseln. Ehhh. Ja, sehr schön. Ja, ich kann einen Hirnschock. Ich kann die Schirmschock frusten. Noch mal 100 für den Armlösch da ausgeben, der uns eh nix sagt. Ja, gib mal einen Geniollenten. Ja, gib mal noch. Darf ich mich gerade 100 ausgegeben? Hatte ich ja vor, aber ich komme nicht zurück. Ich muss hier rauf, du. Du. Also finde ich schon irgendwie... Hm. Hm, finde ich das schon irgendwie so, hm. Hm. Also finde ich ja schon manchmal etwas sehr merkwürdig. Ah, 25, sehr schön. Schnauzer-Handy. Okay. Liegt das schon weit weg, macht trotzdem noch krach. Hey, was denn du? Ich verkaufe was an jene, die durstig sind. Es ist aber teuer. Die X-Flasche? Ach, nö. Oh gut, er stirbt in. Dehydrierung. Ja, an Dehydrierung werdet ihr sterben. Ich habe euch nämlich gewarnt. Ja, aber ich will irgendwie rein. Ja, mit dem Ding. Oder kann man vielleicht mit... Ups. Das geht doch gerade auf. Attacke. Und attacken, ja. So. Hat er schon mal erledigt, oder? Sag ich doch. Sehr schön. Hm. Harry und seine Freunde haben 2467. Harrys Level ist nun 48. Oh super. Oh toll. Ich freue mich doch etwas sehr Tolles an mir. Da freue ich mich doch ein zweites Arschloch. Kann ich sehr juckacken. Oh, 25. Mhm. Vielleicht können wir mit dem hier reden, ja. Na. Ja. Oder die Jönnetschutz mäßig. Warte, wir haben doch irgendwo... Die Schlangen vielleicht. Nutzen. Okay. Ähm. Dann haben wir hier noch... Diesen, äh... Draconium-Tasche, ja. Okay. Doch, mit so Jönnetschutz mäßig, wie ich dachte. Mit wem sprichst du? Na, mit ihm hier. Ich muss hier irgendwas machen. Irgendwas. Plus was? Plus was, das was will niemand. Äh. Ähm. Aber ich komme auch nicht zurück. Aber vielleicht schon hier ist zurück. Teleport! Nein. Sorry. Entschuldigung. Ähm. Summers! Yeah. Voll vergoogelt. Ja. Hä? Hm. Wer war nix mehr, oder? Sachen. Forellenjoghurt haben wir noch. Es war wenigstens was, oder? Psychoamerika, heimes Kraut, zerbrochenes Rohr, Backstage-Bass, Kaugummi. Ah, hier haben wir auch noch Flaschen, da geht die Dx mit einem Blutzen auch wieder. War eigentlich sehr gut im Kampf. Hirnstein, Wasserflasche, Dös, Sandbruch. Blutzen! Vielleicht hier. Sachen. Und dazu. Hans benutzt Winze-Gruppi, aber da passiert doch nichts. Dann ist die Stufe. Die Dirapide ist stark versiegelt. Sie. 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 Essen. Hotel. Shop. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich denke, ich soll mal hier noch Sommers in die erste... Uah. In die erste Etage. Sie. Ist ja schon komisch, wa? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare, liebe Freunde. Sie. Ähm. Harry macht einen Angriff. Uschi machte mich hörvoll das mal wieder hier auf Folge. Uschi macht wohl die Eiskugel. Auf ihn. Er macht wohl die Eiskugel auf ihn. Und er macht wohl die Eiskugel auf ihn. So. Jetzt zeige ich euch aber. Euch aber. Ich werde mal reden. Heinz greift an. Macht 89. Jawohl. Ach. Ja, ja. Ach. Die 67. Mensch. Nicht du kleines. Ihhh. Du kannst dir mit kleines Mädchen. Ihhh. 5, 6. Wir versuchen natürlich Psi-Eis. Angriffe. Oh, was ist das Viech? Hallo, ich glaube das ist neu. Na endlich. Mann. Da wartet man stundenlang. Es ist viel zu korrekt. Und da passiert nichts. 8000. Ja. Der Hans. Mit dem Biss. Hans Ass Ass. Hannes Ass. Nicht Hannes, sondern Hans Ass. Uschi. Verdeckung 3. W1. Maximum steckung 12. Und wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch einfach mal einen Dampf nach oben da. Und wenn ihr möchtet. Dürft ihr mich auch gern abonnieren. Kapi. Let's play. Sagt Dankeschön. 3 Vielen Dank.